Willkommen zu den Vivi-News. Der X-Wing aus Star Wars droppt interaktiv als Digital Collectible auf der Vivi-App. Unter anderem bekommen wir The Green Lantern aus DC als Collectible animiert und mit Sound. Und wir haben auf jeden Fall sehr interessante Details gestern Abend in einem Twitter-Space zum Viviverse bekommen, was mich persönlich extrem, extrem bullisch stimmt. Das und sehr viel mehr schauen wir uns heute in diesem Video an. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi-UG mit den wichtigsten Vivi-Us, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge, Menge super spannende Themen und auch Jobs mit dabei. Deswegen bleib unbedingt wirklich bis zum Ende des Videos mit dabei. Heute ist wirklich vollgepackt mit Informationen. Und jetzt würde ich auch sagen, starten wir direkt rein ins Video. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle rein mit dem nächsten DC-Drop. Und zwar sehen wir nämlich hier The Green Lantern als Digital Collectible auf der Vivi-App von DC am Samstag vom 12. August um 17 Uhr deutscher Zeit. Natürlich wie immer hier im Waitlist-Drop-Format. Und das Ganze wie gesagt hier animiert mit Sound. Ich werde euch das an dieser Stelle mal ganz kurz einblenden. Ich werde euch das an dieser Stelle mal ganz kurz einblenden. Meine Meinung nach auf jeden Fall ein sehr cooles Collectible, was wir hier auf Vivi sehen werden. Du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob du den gesamten Job mitnimmst oder nicht. Ansonsten sehen wir auf der Vivi-App den X-Wing von Star Wars und das sogar noch interaktiv und um 17 Uhr deutscher Zeit am Sonntag. Und wir haben das Ganze natürlich hier auch im Waitlist-Format wie immer. Und das Ganze droppt wirklich als einzelnes Format. Das heißt, wir sehen hier nicht zwei X-Wings, sondern wirklich nur einen einzelnen interaktiven. Es wird sehr interessant, was die Stückzahl hier angeht. Wenn wir so um die 4000 Stück bekommen sollten, dann wird das hier wirklich ein Collectible, was extrem, extrem interessant wird. Erst recht dadurch, dass es interaktiv ist und wahrscheinlich auch im Vivi-Verse dadurch interaktiv sein wird. Das heißt, dass man damit rumfliegen kann und so weiter und so fort. Und was meiner Meinung nach für alle Star Wars-Fans wirklich, meiner Meinung nach, das coolste auf der Welt ist, mit einem X-Wing durch irgendeine Welt zu fliegen. Ansonsten schauen wir so wie wir auch noch die nächsten Villians-Poster an. Und zwar droppt das Ganze jetzt am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, am 11. August. Das Ganze natürlich wie immer hier im Waitlist-Drop-Blindbox-Format. Und wir haben hier an dieser Stelle wieder einige Poster mit diesem Mal einem sehr, sehr niedrigen Run. Denn wie ihr seht, der Listenpreis hier ist bei 30 Gems. Aber die Editionzahl ist hier gerade mal bei 1000 Stück. Außerdem haben wir jetzt hier als Rarität eine Rare und wir haben hier eine First Edition natürlich. So sieht das Ganze aus. Meiner Meinung nach sind diese Poster ehrlich gesagt erst mal nicht sonderlich schön. Und zweitens auch nicht wirklich, glaube ich, sonderlich wertvoll. Deshalb für mich persönlich auf jeden Fall jetzt schon mal, dass es definitiv ein Skip für mich gibt. Ansonsten schauen wir uns mal noch die anderen Poster an. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Ultra Rare mit dabei. Das Ganze wird gerade mal in Editionzahl von 500 Stück haben. Unter anderem natürlich auch eine First Edition sein. Als nächstes haben wir dann wieder eine Ultra Rare. Und hier haben wir auch gerade mal eine Editionzahl von 500 Stück. Außerdem natürlich auch eine First Edition. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall noch als letztes eine Secret Rare. Das Ganze wird eine Editionzahl von 250 Stück haben. Und ja, ich habe es jetzt tatsächlich gerade übersehen. Ich komme doch zum letzten jetzt. Denn hier kommt noch mal eine Secret Rare. Und das Ganze wird auch noch mal in Editionzahl von 250 Stück haben. Das heißt, hier haben wir wirklich extrem, extrem niedrigen Run. Unter anderem muss man auch noch mal bedecken, bei jedem Collectable hier werden auch noch mal 90 Editions abgezogen. Und das sind an dieser Stelle tatsächlich dann gerade mal 160 Stück, die hier public sind von dieser Secret Rare, beziehungsweise von diesen beiden Secret Rares. Was es potenziell sehr interessant machen könnte, auf jeden Fall für diese beiden Secret Rares. Ist es diesen Gamble aber wert, hier auf jeden Fall eines dieser Poster zu bekommen? Meiner Meinung nach nein. Die werden meiner Meinung nach nicht so krass im Preis nach oben gehen, dass es sich wirklich lohnt, das Ganze mitzunehmen. Deswegen, ich persönlich halte mich davon jedenfalls fern. Aber du kannst mir auf jeden Fall sehr gerne deine Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten noch eine ganz kurze Ankündigung für heute Abend. Denn heute Abend findet wieder mal der Collector Talk statt. Und mit Chris und Enrico, den beiden Comic-Experten, unter anderem haben wir auch noch einen Special Gast heute Abend. Und zwar nämlich den guten Energy. Und der wird uns ein bisschen über das Viewverse aufklären. Denn er hat nämlich Beta Access und wird uns dann ein bisschen Rede und Antwort stehen können. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Und zwar nämlich dem Viewverse. Denn gestern Abend gab es einen Twitter Space, einen sehr, sehr interessanten Twitter Space mit sehr vielen Leuten, die das Viewverse Beta testen durften. Beziehungsweise bis jetzt auch noch Beta testen. Und ich bin wirklich überrascht gewesen, wie positiv hier die Meldungen waren. Natürlich ist es nicht alles perfekt und es ist auch noch nicht alles integriert, was geplant ist. Zum Beispiel Comics sind noch nicht integriert, wird aber tatsächlich jetzt auch mit der Zeit dann kommen. Bis jetzt ist aber tatsächlich die Resonanz überwiegend sehr, sehr, sehr positiv. Und dementsprechend bin ich auch nach diesem kurzen Twitter Space extrem, extrem gehypt gewesen. Denn die Meldungen, die sie einfach gemacht haben und nicht nur von einer Person, sondern von was jeder Person, die waren wirklich sehr positiv. Sei es Grafik, sei es auch die Interaktion mit anderen Leuten oder auch das Design und so weiter und so fort. Soll wirklich sehr, sehr gut laufen. Und auch im Vergleich zu anderen Meta-Börsen, wie zum Beispiel Spital oder sonst was, doch auf jeden Fall nochmal eine Stufe höher sein. Und als letztes kommen wir noch zu einer ganz kurzen Sache und zwar nämlich dem Thema Cryptoys Yoda und Vivi Poster Yoda. Denn Cryptoys wird unter anderem jetzt auch in Zukunft Yoda als Digital Collectible droppen. Und da ist natürlich direkt die Debatte entstanden, wer hat jetzt hier überhaupt den FA Yoda. Und technisch gesehen haben wir tatsächlich Yoda schon auf der Blockchain. Denn Yoda ist ja sozusagen als Poster schon auf der Vivi App gedroppt. Und dadurch, dass wir hier im Prinzip auch Yoda sehen, ist es natürlich nicht ein 3D Collectible als First Appearance. Aber insgesamt Yoda FA auf der Blockchain als Poster, als Digital Collectible, whatever. Dementsprechend hat Vivi technisch gesehen jedenfalls die FA von Yoda. Ich muss aber ganz klar an dieser Stelle sagen, natürlich ist da schon ein großer Unterschied zwischen Poster und 3D Collectible. Man muss aber abwarten, eventuell kommt tatsächlich auch noch was von Vivi bis dorthin. Denn das Ganze von Cryptoys wird meines Wissens erst im Oktober gelauncht. Dementsprechend bis dorthin ist auf jeden Fall noch einiges an Zeit. Dementsprechend auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, dass Disney hier auf Vivi doch noch Yoda als 3D Collectible droppt. Und ansonsten war es das in dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei dir da draußen fürs Zusehen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittag genommen. Und bis dann, Captain. Ciao, ciao.